Ex-GNTM-Gewinnerin Barbara Mayer ist im Babyglück. Wie das Model vor wenigen Stunden verkündete, wurde ihre Tochter geboren. Sie und ihr Ehemann Clemens Hallmann sind überglücklich über ihren gemeinsamen Nachwuchs. Auf Instagram verkündete die 33-Jährige die frohe Botschaft und schrieb zu einem süßen Foto der Kleinen, Unsere wunderschöne Tochter Marie-Therese hat das Licht der Welt erblickt. Wir sind unglaublich stolz und verzaubert von diesen süßen kleinen Wesen und freuen uns darauf, unseren Lebensweg ab jetzt zu dritt zu gehen. Wie Barbara außerdem erklärt hat, der Name ihres Babys sogar eine besondere Bedeutung, sowohl für die Mama als auch für den Papa. So schrieb die rothaarige GNTM-Schönheit, nicht nur ihre Geburt, sondern auch ihr Name vereint unsere Familien. Marie war Clemens' unglaublich beeindruckende Großmutter und Theresia meine wundervolle Oma. Die GNTM-Gewinnerin von 2007 gab im April 2016 bekannt, mit Clemens Hallmann liiert zu sein. Am 1. Juni 2019 heirateten das Model und der Milliardär und etwas mehr als ein Jahr später ist mit Baby Marie-Therese endlich der Nachwuchs da. Herzlichen Glückwunsch!